Moin Moin, kurze Ankündigung von mir an euch. Ich bin in der nächsten Woche im Urlaub. Das heißt, wenn in der Woche von meiner Seite aus keine Videos erscheinen und ihr euch wundert, dann mag das nicht daran liegen, dass ich das Ganze abgebrochen habe, sondern einfach nur daran, dass ich höchstwahrscheinlich vielleicht keinen Internetzugang habe. Die Videos sind bereits alle hochgeladen. Ich habe mehr als genug Sachen, die bereits bei YouTube vorhanden sind. Aber wenn ich leider kein Internet bekomme, dann ist es einfach so, dass ich die nicht freigeben kann und der Playlist hinzufügen kann. Deswegen da nicht wundern. Das ist nur, wie gesagt, diese ganz kurze Ankündigung. Nicht wundern. Mehr habe ich auch irgendwie gar nicht zu sagen, außer dass ich mich auf den Urlaub freue. Und wenn die Parts kommen, dürft ihr euch freuen. Ansonsten lasst es bleiben. Keine Ahnung. Ist mir auch alles egal. Ich bin im Urlaub und bin dann ab dem 16. Oktober wieder da. Da wird dann auch wieder neu aufgenommen und prinzipiell wieder die Parts. Sollten sie nicht erschienen sein, werde ich dann natürlich wieder freigeben. Da kommt dann ein ganzer Schwung an Videos. Auch da dann bitte nicht wundern, wenn eure Abo-Box geflutet wird.